yo peace leute was geht ab und damit herzlich willkommen zu mit dem video auf meinem kanal ja heute stumble guys starten direkt rein let's go let's go erste runde für heute for today tuesday humble stumble immer instant vorne dran sind ich bin durchgeglitscht ich bin grad zweiter jetzt bin ich gerade erster ich bin zwölfter oder so ungefähr ich bin qualifier ich noch nicht eine marke krank ja schade meine nächsten bekomme ich erst wenn sie laufen oder ja meine nächsten bekomme ich erst bei 29 ich muss auf den shop morgen hoffen oder ist er lost alter hol mal was zu trinken sagen wir du bist immer der wattler hier mein handy das ist mein handy verpiss dich mal was willst du jetzt sind nur 12 und 16 qualifiziert ja weil die zeit zeit weißt du ist ja eine bestimmte zeit stell dir vor jetzt kommt einfach ein ding nein ich wollte dass es am ende kommt das ist doch schon gefühlt das ende einfach es sind vier leute nur weiter es werden vier eliminiert ich bin auf dem neuen account deswegen habe ich mein legendens genie man weiß nicht mal welcher du bist bisher ich wurde ja ich bin ich wurde von einem angestackten ersten nein ich bin nicht hä wie warum sieht das so verglitscht aus hallo ich bin weiter geschau mir doch zu voilà du herrenlose das finale werde ich aber eh nicht gewinnen ich hätte wirklich zu schauen können weil die zuschauer sehen jetzt gar nix I'm sorry Oh, da fliegt er fast runter Nice, mein erster Win Nein, auf dem er kommt schon dein zweiter Auf dem Außerdem hast du noch gar nicht gewonnen Jetzt geh halt einfach rein, Mensch Für die Zuschauer dauert es viel länger Ach da, die kommt schon Ich muss mal rein Gewonnen Ja, ihr müsst jetzt einfach vorschulen mir An der Stelle Ja, also Jona hat leider nicht gewonnen Aber Kloster Oh, warte, meine wieviele Quoen ist das? Schade Komm rein Das ist doch meine erste Show Geh rein an die gute Stube Sollen wir auf meinem Livestream machen, dass ihr mitspielen könnt? Das geht nicht Doch, das geht Nein, ich habe zu wenig Abonnenten Und wie viel brauchen wir dafür? Ich weiß es nicht Ich wundere so Alle abonnieren, dass wir endlich Livestream machen können Im TikTok gibt es auch Pausen Schaut mal bei Instagram rein, da heißt ich zocker-monautern Guckt da gerne mal rein, da werde ich das jetzt nachher mal, also jetzt gleich als Bild reinstellen Damit ihr seht, dass ich noch keine Livestreams machen kann Oh, Einsheit Äh, reiche die Ziellinie Wir sind nebeneinander gestohlen Spawnlok Jo, was ist denn da? Hallo Ich bin hinter dir Ich hab mich erwischt Ich bin tot Dich hat's erwischt Na, Jona hat's erwischt Du kriegst auch eine Rundehaltung Okay, reicht doch wieder Ich bin gleich Junge Wo bist du? Ich seh dich gar nicht Ja, ich bin tot Hä? Ich find dich nicht Ich find dich nicht Nein, ich bin reingeslittert Achso, deswegen find ich dich nicht mehr Komm, der schafft's Der schafft's nicht mehr bitte Ich schau Rachem zu Rachem, ich seh die Namen nicht Nö, das ist der Bauer Ich muss das jetzt mal umstellen Das ist der Bauer, der es schafft grad noch so Äh, war das der, der... Ne, das ist ein Cowboy Der ist mal ins Ziel Oh, der letzte ist Dumblegeil Er hat denselben Skin wie ich, nur ich hab ne andere Hautfarbe Es ist halt so The racist Digga, was laberst du? Ich hab halt ne andere Hautfarbe eingestellt Ne, so Nein Nein Ich bin ja in einem Team Welche Farbe bist du? Ja, sieht man oder nicht? Doch, sieht man Welche bist du? Sag jetzt Ich bin blau Ich auch Bist du wirklich blau? Nein, ich bin orange Halt's mal Ich bin orange Alter, du Suck Das ist deine Beleidigung? Nein Du nicht Das ist ein Körperteil des männlichen Geschlechts Ja Was du nicht hast So lustig Unfassbar Jona blamiert sich auf YouTube Yes Sooo Ich werd von überall geschneibt Ja Egal Ich werd'n das jetzt trotzdem holen Hier Nein Ich bin tot Ich bin tot Ey Ich sterbe immer wieder Nö Sag Ey, warum kann man von kurzer Entfernung auch jemand abschießen? Hä? Ich dachte, das geht nicht Nicht geht das Digga Bist einfach nur Lust Ey, steht 4 zu 7, was ist das? Jetzt nicht mehr Jetzt nicht mehr Er steht 5-7 Nein Ich hab's nicht bekommen Nein Tschüss Nein, ich hab mich selber reingebaut Ja, bitte Töte den Taucher Anna auf den Taucher Hansen Kann man eigentlich auf der Fahne stehen? Nein Geht das irgendwie? Der Mate No, no, man kann nicht jumpen Also geht das auch nicht Nein Ey, mich hat einer runtergebrochen Doch, aber man kann doch auf den Trampolins jumpen Ich hab mich gesaved Indem ich mich selbst geschossen hab Mein teammate schießt mich runter Nein, es hat nicht funktioniert Ja, ich hab dich Das ist mir eigentlich komplett Ursch, Salat Ja, ja, schon wieder Nein, er kriegt die Fahne nicht Hä, wieso nicht? Weil ich genau in dir steh, Digga Was für genau in mir? Ja, ich stand genau in dir Deswegen hörst du die Fahne Ja, wir haben gewonnen Ich schau dir jetzt zu Hansen gewinnt das Ding Ich schau dir jetzt zu Und sag dir, ob du gewinnst Je nachdem welche Map ist es Ja Am Ende haben wir wieder unseren Oh, nein Die ist geil Darf ich für dich spielen Nein Irgendwann muss ich die App jetzt auch mal Die Map auch mal spielen können Ich schau dir gerade Oh, nein Da kann man nicht durch Ey Wieso kann man da denn auch nicht drauf laufen? Digga, das liegt da dann, dass da ein Schild ist Ja Und das Schild dann befestigt das Ding Ja Du kannst ja auch nur auf den Schildern laufen Ja Doch Nein Natürlich Hast du Lust Natürlich doch Nein Ja, richtig Du wolltest gerade nicht, weil du nicht umlaufen Ich hab's gesehen, du schuldig Das ist eine Beleidigung Das ist eine Beleidigung Das ist die Worte Oh mein Gott, Digga Es ist falsch Du gewinnst es Nein Ey Na hör mal Der gewinnt das eh nicht, der kriegt das Falsche Warte, ich sag dir, wo es ist Es ist immer rechts Letten ist es wieder links Das letzte Mal war's Jonathan, das letzte Mal war's links Es ist überall Es ist links Na, ist falsch Du hast doch eine X Bist du los? Ach, es gibt nur eins Ja, sorry, wusste ich nicht Digga, was denkst du, wann da zwei X sind? Ich hab doch gesagt, es ist wieder links Ja, shit on Digga Keine Werbung Okay, an der Stelle werden wir das Video Wenn ihr euch gewonnen lasst Like und Abo da Und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal Hashtag Werbung Haut rein, Leute Und ciao Ciao